Wenn man mit seinem Computer spielen möchte, dann ist Windows wahrscheinlich die beste Plattform dafür. Das weiß natürlich auch Microsoft, weswegen sie in Windows 10 einige Neuerungen integriert haben und eine davon ist die Game Bar, welche sich innerhalb von Spielen mittels der Tastenkombination Windows Plus G aufrufen lässt. Bislang konnte man mit der Game Bar Spiele aufzeichnen, streamen oder was auch neu dazugekommen ist, einen integrierten Lautstärke Mixer, wovon man sich von viel zu lauten Spielen beim erstmaligen Start retten konnte. Diese Game Bar wird jetzt nochmal erweitert und das wird gerade für Xbox Insider getestet und ich kann euch jetzt schon mal zeigen, wie diese Funktionen aussehen werden und ich kann euch versprechen, da sind einige coole Sachen dabei. Außerdem zeige ich euch, wie ihr die Funktionen jetzt schon nutzen könnt und dazu öffnen wir den Microsoft Store und laden uns die folgende App runter, die nennt sich Xbox Insider Hub, die wird auch direkt hier vorgeschlagen, wenn wir Xbox Insider eingeben. Dazu möchte ich noch anmerken, wir benötigen zwingend ein Microsoft Konto und dieser muss über 18 Jahre alt sein, denn sonst kommen wir nicht in das Insider Programm rein. Also klicke ich jetzt mal auf Installieren und nachdem die Installation auch schon abgeschlossen ist, starten wir mal direkt die App. Hier müssen wir zu Beginn noch die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Logisch, ich habe das Ganze schon getan. Und um jetzt dem entsprechenden Programm beizutreten, klicken wir links auf den Menüpunkt Insider Inhalt und hier ganz unten finden wir das Programm Windows Gaming. Da klicken wir einmal drauf und dann einmal auf Beidrehen. Und sobald dieser Kreis aufhört sich zu drehen, sind wir auch schon im Windows Programm. Gut, jetzt steht hier auf dem Button Verwalten, das bedeutet wir sind jetzt drinnen, dann können wir die App schließen und im Store klicken wir einmal oben rechts auf die drei Punkte und dann auf Downloads und Updates. Denn wir müssen einmal manuell nach Updates suchen, damit wir auch direkt das Update für die App Spielleiste bekommen. Ich habe das Ganze schon heruntergeladen, deswegen seht ihr hier, sie sind startklar. Ich habe schon alle Updates heruntergeladen. Allerdings habe ich heute auch schon die Spielleiste geändert und das ist das entsprechende Update. Also öffnen wir mal ein DirectX Game, um das Ganze auszuprobieren. Ich entscheide mich hier mal für Minecraft, die Windows 10 Edition allerdings, denn die Java Version basiert auf OpenGL und die Game Bar unterstützt leider keine OpenGL Games. Gut, dann klicke ich mal Windows und gehe auf meiner Tastatur. Und wir sehen direkt, das sieht ganz anders aus und das sieht auch irgendwie ein bisschen leer aus. Also oben haben wir eigentlich unser wichtigster Menüpunkt jetzt, denn hier werden alle Funktionen gelistet. Also wenn ich jetzt hier auf dieses Symbol klicke, sehe ich alle Overlays und diese kann ich favorisieren und ich kann auch welche aus meinen Favoriten entfernen und ich kann im Endeffekt oben die Leiste wie eine Art Taskleiste oder Startmenü selber anpassen. Zu Demonstrationszwecken werde ich jetzt natürlich alle mal favorisieren und einmal durch die ganzen Punkte durchgehen. Also das erste kennen wir ja bereits, es ist ein Lautstärke-Mixer, ein sehr praktisches Feature. Und was neu ist, alle Sachen sind jetzt als Fenster angeordnet, kennt man wahrscheinlich schon von anderen Gaming-Overlays, das heißt ich kann das ohne Probleme rumverschieben und ich kann jetzt in dem Fall auch die Größe vom Fenster ändern. Gehen wir auch schon direkt zum nächsten Punkt, ist auch bekannt, Spiele aufnehmen und streamen, können wir auch wieder verlassen. Dieser Punkt ist jetzt allerdings neu und er nennt sich Leistung. Und hier sehen wir nun die CPU-Auslastung, die Auslastung des GPU-VRAMs und die aktuelle RAM-Auslastung. Leider nicht die Frame-Rate und auch nicht die GPU-Prozessor-Auslastung, vielleicht kommt das ja noch zukünftig, allerdings ist das trotzdem eine sehr nette Neuerung und wenn sie erweitert wird, kann man natürlich ein paar Drittanbieter-Programme sparen. Und wenn wir hier auf das Anpin-Symbol klicken, dann wird das Fenster auch angezeigt, wenn wir die Gamebar schließen. Also ich drücke wieder Windows und G, die Gamebar ist weg und jetzt kann ich einfach mal meine coole Minecraft-Welt öffnen, wo ich stolze 10 Minuten drinne verbracht habe. Das heißt, ihr werdet jetzt über meine Bauwerke stauen. Da sind sie. So, und ich sehe, gut, meine CPU wird bei 100% ausgelastet. Minecraft ist auch ein sehr anforderndes Spiel. Hachi. Eine sehr coole Neuerung. Wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass noch die FPS-Anzahl integriert wird, weil dann ist das eine echt coole Sache. Der nächste Punkt sind einfach die Aufnahmen, also Screenshots und Videos, die wir innerhalb von Spielen aufgenommen haben. Wir können daraus übrigens jetzt auch Memes erstellen. Das heißt, ich kann Top-Text eingeben und unteren Text Windows-Area abonnieren und dann kann ich das genauso auf Twitter teilen. Perfekt. Und ein neuer Punkt, Spotify. Tatsächlich können wir Spotify-Musik steuern. Wie funktioniert das genau? Also entweder wir haben die App von Spotify aus dem Windows-Store installiert. Das ist einfach das ganz normale Programm, nur halt aus dem Windows-Store. Und dann können wir hier einfach die Musik steuern. Also wir können jetzt keine neue Musik auswählen bis jetzt, sondern haben nur Play, Pause, Vorspulen und so weiter. Alternativ, falls ich über ein Smartphone hören sollte oder mein Smartphone gerade an einer Anlage angeschlossen ist, wie so auch immer, kann ich hier auch einfach aus der Liste meiner Geräte auswählen und hier dann dieses Gerät Remote steuern. Eine sehr coole und praktische Sache. Im nächsten Punkt haben wir auch eine sehr coole neue Funktion und diese nennt sich Looking for Groups. Was ist denn genau mit Groups gemeint? Spielegruppen tatsächlich. Das bedeutet, es kann jederzeit eine neue Gruppe erstellt werden und die sind keine dauerhaften Gruppen, wie man es vielleicht unter Gruppen erwartet, sondern kurzweilige Spielergruppen. Beispielsweise, wir haben gerade Mitternacht und ich habe richtig Lust, Minecraft zu spielen. Allerdings schlafen all meine Freunde, weil sie morgen zur Schule müssen. Allerdings habe ich schon wieder ein Attest vom Arzt, weswegen ich nicht zur Schule gehe und unbedingt spielen muss. Und dann kann ich hier einfach eine eigene Gruppe erstellen und ein paar Präferenzen eingeben, wie zum Beispiel, ey, Sprachchat wird bringt genötigt. Und dann kann ich noch den Start-Time fürs Event festlegen, ein paar Tags und eine Beschreibung. Auch als jemand, der jetzt sucht, kann ich Filter festlegen, ob ich jetzt Text-Only oder Sprachchat haben möchte. Und dann kann ich mir mal angucken, Let's Play Minecraft on Heart und wenn ich denke, ja, das ist bestimmt voll geil, kann ich hier sagen, sounds nice und dann kann ich auf I'm Interested klicken und dann werden wir wahrscheinlich zusammen spielen. Es wird eine Voice-Chat-Gruppe geben und vielleicht finde ich ja neue Spielefreunde. So viel zu dem Feature. Eine weite Neuerung ist die Freundesliste. Ist jetzt vielen bekannt natürlich, auch wer Steam nutzt. Für das Xbox-Netzwerk ist das allerdings eine absolute Neuerung. Ja, ich weiß. Und wenn ich hier auf meine Kontakte klicke, kann ich mit ihnen chatten. Entweder per Sprache oder per Text. Und mehrere Chats werden hier so cool als Tabs angeordnet. Und ich kann natürlich auch meine Freunde schnell zu einem Spiel einladen. Also ganz praktische Sache, vor allem wenn man Crossplay spielt. Ihr müsst überlegen, beispielsweise Halo kommt bald auf dem PC, die Master Chief Collection. Und wenn ich dann mit meinen Freunden auf der Xbox spielen möchte, die präferieren ja wahrscheinlich eher das Xbox-Live-Chat-Angebot als Discord. Und dann kann ich einfach denen beitreten, kann immer noch mit denen zocken, kann mit denen schreiben, kann mit denen chatten, ohne dass ich jetzt unnötig raus haben muss. Ja, und das Letzte ist einfach nur Xbox-Chat-Beta. Hier nochmal der Extra-Chat verlinkt. Zuletzt blicken wir noch einmal in die Einstellungen, denn hier sind ein paar Sachen dazugekommen. Und zwar unter Notifications. Darüber können wir jetzt nämlich direkt Systemeinstellungen konfigurieren. Beispielsweise, dass ich alle Windows-Benachrichtigungstöne stumm schalte, während ich spiele, beziehungsweise allgemein in dem Fall. Oder das sollte eigentlich standardmäßig bei jeder Windows-Installation aktiviert sein. Benachrichtigungen verstecken, während ich Vollbildspiele spiele. Außerdem kann ich hier auch ein paar Sachen für Xbox Social konfigurieren, ob ich jetzt benachrichtigt werden möchte, wenn irgendwelche Freunde onkommen, oder wenn meine Favoriten online kommen und so weiter. Das ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Außerdem kann man jetzt auch die Tastenkombination direkt in der Gamebar konfigurieren. Das war bislang entweder in der Xbox-App möglich, oder in den Windows-Systemeinstellungen. Und jetzt haben sie noch einen dritten Punkt geschaffen. Und zuletzt kann ich eben für den Sprachchat oder für meine Streams jetzt auch Audio-Input und Audio-Output einstellen. Und das war es auch schon mit den Gamebar-Neuerungen. Ich hoffe, die Gamebar-Neuerungen freuen euch. Vielleicht konntet ihr etwas lernen. Falls ihr öfter solche Videos sehen möchtet, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen und lasst mal ein Like da. Falls ihr euch allgemein für Windows interessiert oder für Xbox, dann lasst doch auch mal ein Abo auf unserem Kanal da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.